und willkommen zurück zu super mario party jambory auf geht's aufs nächste spielbrett unterwegs mit pauline denn diese will bisschen shoppen gehen paar sterne und einen guten sieg hier vielleicht let's go normal darauf der ball ist gleich wir stellen ein wieder zehn runden und man geht auch schnell los so soll aber hier mal gespannt da ist ein buch oder so die regenbogen kaufpalast kamen wir kamen ja wie ich bin zum ersten mal dieses einkaufszentrum bietet auf drei ebene ein einzigartige läden in ihren nach herzenlos auf shopping tour gehen können alle fünf grunden findet eine rabattaktion start bei der alle preise halbiert werden der traum aller schnäppchenjäger sehen die vier stempel punkte sammelt dort fleißig stempel um sie dann gegen münzen einzutauschen links ganz unten einer erste etage und zweite etage zwei stück ok hier erhaltet ihr pro stempel zehn münzen wenn ihr alle vier stempel eintauscht bekommt ihr dafür 50 münzen nach dem einkaufen könnt ihr an einer tombola teilnehmen je mehr ihr einkauft habt so mehr lose dürft ihr ziehen es gibt alle preise zu gewinnen na ja interessant also pauline aber auch wir sind platz einsetzt nein wie der letzte die männer wollen uns die schnäppchen weg schnappen wir wollen ein paar lecker auf pauline ganz oben da muss man sich mal gucken wie man da hinkommt das kann ich glaube ich habe ich ja gespielt da jetzt mal geht es hier nach oben in die erste station die tausche 1 ebene 0 1 2 mal ich mal eine roh ist hier ziemlich praktisch also ich bin ja gar nicht gekommen ja mal schon wieder so fünf runden pro folge sehr schön schnäppchen hat sie gehört da läuft sie los müssen auf jeden fall hier lang wenn man sich hier als 32 felder den 117 also gehen wir da lang das geht dann nur nach links ok glückzeit bürfel nämlich mit alles da müssen wir ja alle stempel zusammen für den erfolg ich habe mir mal angehört was war da aber anders besser blockfahrt die mini spiele wiederholen sich ja soviel gerne mal in die kommentare schreiben habt ihr auch mal soviel gleiche mini spiele alle hatte ich noch nicht das ist klar schauen ob wir auch alle mal spielen werden ja auch wieder anhöverzissen ob das passt auch nicht aber egal wir können weiter und sehen von sechs allerdings ich glaube nicht dass wir sowas kriegen ich bin das 11 der scheiß kombat ein ernst sehr gut ganz oben habe ich das heißt ich muss ja schon das dritte oder das vierte nehmen und genau das falsche wahrscheinlich wieder nicht ich hoffe das dritte ja das erste habe ich jetzt noch wieder keiner was ist dass er das dauert jetzt schon wieder zu lange yes let's go das erste fall geht er steht ja auch oben das ist das punkt und wir brauchen ja das obere das bringt uns das ja nix das obere ich unten das kommt jetzt komplettes feld das ist echt nervig das spiel ja die nehmen eins aber das ist das falsche pardon ich kann gar nicht gewinnen aber ja in ordnung jetzt fängst du zu ende eh blöde spiele eh ja hättet man irgendwie so machen können so nach fünf runden ins ende und wer ein weiteres kam hättet hat dann gewonnen hättet viel besser als so ey hättet ja noch zehn minuten dauern können sieben minuten ist eine runde ja nächste runde da geht es auf jeden fall runter ja das ist schlau für besseres kann jetzt gerade nicht passieren außer da hinten etwas oder ein paar felder nach vorne meine mauchis habe ich jetzt auch nicht bekommen ein paar erfolge deswegen sonderposten oder was 200 prozent naja hier ist erster stempel muss dann kann ganz nur noch und zwei und unten irgendwo ok in paulina gelaufen er höre ist ja ich praktisch ich muss ja kurz brett gucken ob da immer sitzt 19 in zehn man mach ich acht und dann leide ich auf ein item doppelt preise für items und sterne für einen schwer bis dessen folgender zug endet wo alles erkrankt ich nehme eine röhre kann sehr praktisch sein ich bin einster gibt es das abweg bringen ich habe zu schnell gedrückt da geht es dann runter und dann geht es wieder so ein bisschen kompliziert der steinbauer bildersuche das war schon ich glaube die spieler hatten wir alle schon vielleicht zwei drei stück noch nicht links komm links wir sagen reicht ja okay muss es ja nur links oder oben sein die dinger sind ja anders die blätter auch krank darauf war ich nicht vorbereitet und der vier drei brennen und drei brennen Letzte Runde! Ja, letzte Runde! Ja, da kann irgendwas anders sein. Ja, was ist denn da jetzt anders? Ah, länger als Stängeln! Ah, das war jetzt krass! Nächste Runde! Mal 20 Münzen ist gut. Ja, Dong Kong hat auch genug Münzen. Ui, Bowser Junior! Ganz oben ist ja, ne? Rechts! Rechts habe ich jemand gesehen. Ja, die Stempel! Ich gehe jetzt noch hoch und dann, ja! Easy gone! 200 Cent einfach mal für Preise annehmen! Ne Runde aussetzen wäre jetzt geil! So, dann auf die Sessel sich setzen! Ich verstehe euch nicht, warum der da sitzt hin? Ne, Donkey das kriegt! Ja, geil! Schöne Ahnung! Schöne Ahnung! Ja, dann geht's dann wieder runter! Da kann man aber sogar nach rechts! Da lang! Barstuhl hoch! Er läuft runter, dann wieder hoch! Auf Peischfeld, glaube ich! Das ist ja gut! Auf Peischfeld, glaube ich! Das ist ja gut! Oh, die Musik kommt mir eben bekannt vor! Auf Peischfeld, geil! Am Ende gibt's Sternen! Oh, geheimer Block! Na, jetzt ist sie jetzt schon weg! Also macht mir gar keinen Sinn gehabt! Sieben Felder, komm! Let's go! Ich glaube an dich, Pauline! Jetzt noch mal drei! Mindestens! Wir wollen Sterne shoppen! Oder noch einen Sternen! Genau! Ja, da war irgendwas noch! Mit Auszugzeichen da auch! Landen wir drauf! Schau! Woh! Woh! Sternen erhalten! Ja! Woh! Guck mal, kommt da noch lang! In diesem System Supply! Das sind alle zum Verkauf angebotenen Artikel! Super! Super Items zu verkaufen! nachher bist du doch sehr interessiert ja auch wenn es was geiles ist okay super wechselspiel lässt sich mit einem spiel deiner wahl die plätze tauschen bordern stellen kämpfen war ich nehme mal den jahr münzweg wer ist die schönste im ganzen land pauline eins gegen drei possible flucht was hat mir noch nicht günstig war schon so oft mein geld kann bauline sich neues kleid kaufen nein noch eins verloren scheiße 13 ich würde gerne bolter jr kriegen das nur mit vorteil mit vorteil kann das echt schon einfach werden rabatt in der nächste runde boahwa mams 37 merke man hat ja mehrere wege und ein Glückseide! Könnt ihr was aus dem Snackhot machen? Oben rechts! Wir laufen jetzt gleich lang. Wir laufen jetzt gleich lang. Wir laufen jetzt gleich lang. Waluigi Zellerie Na klar, vom Dunkeln wird am meisten Ein Geschäfte, was noch nicht offen ist Hinterhofgeschäfte hier noch Das ist ein Glücksfeld Das ist ein Glücksfeld Das sind 7 Menschen wieder vorweg Nice, das ist so richtig geil Gellmännergespür oder so Halssteck, das ist scheiße Ups Trich mal zu früh ab, bloß Okay Start Runde 1 Runde 1, immer was trinken hier Wir haben aber nichts gemacht Können wir nicht alle auf dem Haufen stehen bleiben Runde 3 Einer noch, okay, let's go Runde 4 Ah, ey Diese kleine Dinge Letzte Runde Die weichen gut aus, ey Nächste Runde Nächste Runde Was soll ich ohnehin Haut gleich ab Eine Rabattaktion nachzuschließen Hallo Leute, wir veranscheiden alle 5 von einer Rabattaktion In dieser Runde kosten allen Fans und Stelle die Hälfte Eine super Gelingenheit, die im nächsten Zug schon wieder vorbei ist Also nutzt sie Die Hälfte Einen schnell Nö, extra wieder verteuern Geil Mega Krass 17 Nö Nö Oder Ebene 3 2 1 Ist das dann Oh Gar nicht mitbekommen Challenge Okay, let's go Das zählt auf deinem Aufenthaltsfeld eine Halb-Münz-Klaube Oha Da ist schon krass Juniors Jamburama Hier auszweichen Was? 2, 3, 4 Dinger 5 Keine Ahnung Ich verstehe den Attage-Marathon von Bossin und seine Punkte werdet Meistpunkt gehabt gewinnt Okay Reaktionen Schlagen Okay Ach 3 Punkte, das geht ja Ich bin bei Rosalina gleich den Vorsprung eingefassen Boah, sorry Ich bin ein Zi-Oh 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 er wollte wissen was passiert da gibt es immer nur einen punkt rasch drücken kumba ist hier konkurrent das war easy bomb in stimmung schade ich leise Nice! Ah, dann kann ich wegschöpfen. Egal Gewonnen Das ist dein Cool cool vorher zum sterben geil zwei stück zum halben preis du hast du es schon ja er kommt natürlich von sternen heute wahrscheinlich ich kann ich nicht aus das ist Pech weg da pauline sonne stehen schönste rocke durch die decke keine Münze keine Münze Mir ist aus wie der Fall. Nächstes Mal dauern 5 von uns schon über halbe Stunde. Schnellste zum Sieg war noch nicht. Laufen und springen. Gibt es hier ein Ziel? Pauline, lauf doch, ist die blöd. Oh mein Gott. Ich muss viel schneller runterkommen jetzt. Okay, es geht noch weiter. Ach, da wäre Ende. Geil. Gehen wir mal an. Fünf Runden vorbei. Gehen wir mal an. 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 Vielen Dank.